Egal gegen die Niederlande, das zweite Spiel von Gruppe A, das Eröffnungsspiel war ja und da hat Katar mit 1 zu 0 gewonnen gegen Ecuador, mal gucken was dieses Spiel bringt, aber ich denke mal wir sollen es rein theoretisch ohne große Probleme schaffen mit Niederlande durch diese Gruppe, unsere Gegner Katar, Ecuador und Senegal Flanke, oh schade Ah, komm, renn doch mal Jesus Ah, Ave Maria Wieder ein 0 zu 0 Herr Dicke ergibt jedes Mal, Senegal hatte eben vor der Pause in dem Spiel die beste Chance zum 1 zu 1 Oh, nein Oh, ja, 1 zu 0 Genau das ist der Unterschied, der eine oder andere in Gedanken noch in der Kabine ältert, wie groß Jäger wird das Spiel Elf Mann und nur drei manche Milch vorne in den Ladenlacht, ja, Schmutz. Hallo, ich war im Angriff, was für Apfels.